Durch Chris Williams, Freiburg Nummer 2 für den Amerikaner, der ist noch sehr jung, war nochmal 23 Jahre jung. Gastgeber bleiben im Ballbesitz und haben die Szene, die die knapp 5.000 hier aus dem Häuschen bringt. Der Dank von Mario Cason und das V-Fügen Bamberg. Oh, das tut den Gästen weh. Hier haben wir die Szene nochmals, das Anspiel von Chris Williams und der Dank von Mario Cason und das V-Fügen gegen Uwe Salmanis.